Hallihalloilichen und hohoho und hallihalloilichen liebe Rambazamba TV Freunde. Wieder beim Videodeal, heute am Nikolaustag. Wir haben gesagt, wir machen natürlich auch Nikolausi-Deals und haben gesagt, das muss ja so ein bisschen Weihnachten sein. Guck mal, wir haben für euch im Deal den riesen LED-Baum. Die verkaufen wir online wie bekloppt bei uns in der App, wie bekloppt. 1,50 Meter Höhe. Wir haben ihn hier mal aufgestellt, den kann man dann so richtig schön zurechtzuppeln. 156 LEDs, da kann man den sich so ein bisschen zurecht machen. Überall, siehst du, kann man so ein bisschen, muss man sich schön dekorieren. Und ich zeige mal, wie der leuchtet, der ist für drinnen und für draußen. Ja, machen wir hier wieder mal. Zack, schnick, guck mal, was das für ein schöner LED-Baum ist. Für drinnen und für draußen. Kostet in der richtigen Welt 29,99. Den machen wir heute mit in den Deal. Der ganze Deal kostet 33 Euro. Der ist da mit drin. Ja, guck mal, lassen wir das Licht aus, oder? Kannst du genug sehen? Ja, der ist da mit drin. Den packen wir schon mal mit rein. Zack, das ist mein Deal. Dann packen wir mit rein. Guck mal, diese schönen Weihnachtskissen. LED beleuchtet. Schau mal, sieht aus. Wenn hier die Kerze in einem Velour ganz weich von Benetti. Kostet draußen um die 10 Euro. Gibt es zwei verschiedene Motive. Eine von beiden packen wir dazu. Nochmal eins dabei. Schmeiß jetzt mal da unten hin. Dann gibt es dazu, hier, LED-Weihnachtskugel 2er-Set mit Baumspitze. Kann man so ein bisschen, hier sieht man schon mal vom Discounter, was das normalerweise kostet. So sieht das aus. Batterien sind mit drin. Zwei Kugeln und eine Baumspitze in Glas. Richtig schick. Schau mal. Und vor allem mit Fernbedienung. Richtig schön. Die habe ich jetzt nicht angezündet, sozusagen. Oder Batterie reingesteckt. Anzünden. Schau mal, Feuer. Da ist Batterie mit drin. Hier ist Batterie mit drin. Und dann, guck mal. Kann man die so richtig schön draußen hinhängen? Ist das nicht schön? Ich finde das schön. Mit Fernbedienung. Batterien, alles sind mit dabei. Ja, dieses Set kommt bei den 33 Euro LED-Nikolausi-Set, so nennen wir den, auch noch mit dazu. So was. Dann bist du mit dabei. Guck mal. Hier. Richtig schön zum drinnen-draußen hinhängen. Mit Fernbedienung, mit Farbwechsel, mit Timer, mit allem drum und dran. Guck mal. So ist das Set. Timer geht an und raus. Guck mal, flackert. Geht ganz aus. Timer dran. Kannst überall mit dranhängen. Die Schneeflocke XXL. Da sind vier Stück drin. Fernbedienung, alles drum und dran. Und jetzt zeige ich mal, was das im richtigen Leben kostet. Vom Discounter. Das sind ja keine geträumten Preise. Das Set ist auch noch mit dabei bei den 33 Euro. Packen wir auch noch dazu. Dass man mal sieht, was da alles mit dabei ist. Und als Versandkosten, ich weiß, Hinderungsbeitrag. Wenn du abends dann auf Toilette misst, wenn du so ans Wicht losgehst, ich muss mal aufs Klo. Ich geh noch mal auf mein Nachttöpfchen. Kannst du noch mal auf dein Nachttöpfchen gehen? Mit deiner Kerze. Nee, ist einfach nur ein richtig schöner Dekoartikel. Guck mal. Gibt es eine normalerweise. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach zwei dazu. Das gibt zwei Stück, die kosten normalerweise drei Euro. Sechs Euro gibt es noch mal dabei. Das ist das ganze Set. Da machen wir auch gleich ein Foto von. Kann man das sehen hier drin überhaupt? Bei mir kommt es gar nicht so hell hier drin vor dir. Guck mal. Ui, wie schön. Machen wir mal das Lichtchen an. Zack. Das Ding hat auch ewig lange Zuleitung. Guck dir das mal an. Also, der Baum, das Kissen, das Set, das Set. Zweimal Kerzen. Hat einen Wert von 18, 6, 24. 26, 26, 27, 37, 67, 77 Euro. 77 Euro für 33 Euro. Oben, unten, hinten, vorne klicken und Nikolausi LED Deal. Tschö.